Und schön oben lassen. Wir werden das jetzt mal überprüfen, ob ihr wirklich noch könnt. Ich mach's euch vor und ihr macht besser einfach nach. Seid ihr bereit? Und los. Könnt ihr immer noch? Komm. In der Tiefe, in meinen Augen, liegt die Maschine. Kalt und still. Sie war erbaut vor langer Zeit. Von meiner Hand für die Ewigkeit. Ihr Herz ist aus Metall. Und ihre Haut aus nacktem Stahl. In der Tiefe, in meinen Augen, liegt die Maschine. In der Tiefe, in meinen Augen, liegt die Maschine. Sie beginnt sich zu bewegen, wie ihre Männern pulsiert lassen. Die Maschine, in meinen Augen, liegt die Maschine. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Dankeschön, das war unheilig!